Im vergangenen Oktober verrät die Fernseherztin in einem Interview, dass sie zum ersten Mal Mutter wird. Jetzt ist es endlich soweit. Töchterchen Hayden hat das Licht der Welt erblickt. Die frohe Botschaft teilt die Schauspielerin auch gleich auf Instagram mit ihren 1,5 Millionen Followern. Dazu postet sie einen süßen Clip der dreiköpfigen Familie und schwärmt, wir haben eine neue große Liebe in unserem Leben. Die frischgebackene Mami und der Jungpapa Matthew Allen strahlen dabei ihrem süßen Wonneproppen an. Auch Luddingtons Follower sind begeistert und überschütten die attraktive Engländerin mit Glückwünschen.